Hallo Herr Salio! Oh hallo Mädchen, mit deinem Zimmerlöwe-Jeten. Alles gut? Alles gut, und bei dir Mädchen? Wunderbar, ja, danke, danke, alles gut so weit. Freut mich mit Mädchen. Herr Salio, uns würde mal interessieren, wie Sie denn heute so Ihren Tag gestartet haben. Also, was haben Sie heute den Tag über erlebt? Ja, ich bin heute Morgen mit Jess um fünf Uhr aufgewacht, weil ich muss um sechs Uhr in Barstil sein. Und dann bin ich in Barstil und sehe meine Mitarbeiter, alle mit Süddeutsch. Süddeutsch? Nein, dick, deutsch, geschwilte Augen. Ah, okay, geschwollen. Geschwollte Augen, ja. Weißt du warum? Nein. Weil die nachts gespielt haben Pokémon bis ein, zwei Uhr nachts. Oh. Vergessen das Morgenarbeit, dann bin ich alle fertig gemacht und dann habe ich Kaffee getrunken. Okay, schön. Ja. Okay, sehr schön. Oh. Oh, sollte ich die nachts. Oh, Moment. Oh nein. Was muốn ich noch gehen? Ist das okay? Oh nein? Oh nein. Du bist hier drin? Oh! Oh Gott. Oh Gott, ich bin da unten. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh Mann. Oh Mann, das ist das hier drin. Hallo, er hat sie zu ver? Herr Salio? Ja, hallo, Mädchen. Kommst du bitte nächste Mal, weil ich bekomme so ganz viel. Gehst du bitte? Ja. Hey, alles in Ord. Hey, Herr Salio! Oh mein Gott, oh mein Gott. Lass uns abkommen, lass uns abkommen. Hau ab, Mädchen!